Willkommen auf der Grünen Woche. Die Grüne Woche ist aus der virtuellen Welt zurück in die Messehallen mit echtem Publikum. Schon am ersten Wochenende gab es einen starken Auftakt mit über 95.000 Besuchern. Ministerpräsident Dietmar Woidke eröffnete traditionell zusammen mit dem Landespolizeiorchester um 10 Uhr den Brandenburg-Tag in Halle 21a. Zur offiziellen Eröffnungsveranstaltung der Internationalen Grünen Woche 2023 hob der Präsident des Deutschen Bauernverbandes die enorme Bedeutung der Landwirtschaft für die Gesellschaft hervor. Es gilt das Thema Versorgungssicherheit nicht nur bei Energie, sondern auch bei Lebensmitteln strategisch anzugehen. Stabile Lieferketten und die Verfügbarkeit von Düngemitteln sind unerlässlich. Landwirtschaft ist im Kern eine Branche, die vom Generationsgedanken geprägt ist. Auch in der Politik sollte sich dies widerspiegeln. Entscheidend ist, dass die Politik in allen Bereichen wieder näher an die Menschen heranrückt, anstatt sich immer weiter von ihnen zu entfernen, appellierte Bauernverbandspräsident Ruckwig. Angesichts weltweiter Krisen diskutierten rund 2000 Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft über zukunftsfähige Strategien zur Ernährungssicherung, krisenfeste und klimafreundliche Ernährungssysteme weltweit. Aber neben den politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen freuten sich vor allem die Besucher über die Vielfalt der Angebote. Die Internationale Grüne Woche Berlin zählt bundesweit zu den traditionsreichsten Messen und zu den bekanntesten Veranstaltungen in Deutschland. Ohne die Internationale Grüne Woche ist Berlin eigentlich gar nicht als Messestandort zu denken. Und wir sind sehr, sehr stolz, dass so viele Aussteller wieder da sind, dass so viele Länder vertreten sind und dass Berlin sich wirklich auch als Stadt der offenen Armen, als Stadt des Willkommens für die internationalen Gäste präsentieren kann. Die Internationale Grüne Woche Berlin ist die traditionsreichste und besucherstärkste Berliner Messe und zählt zu den bekanntesten Veranstaltungen in Deutschland überhaupt. Aus einer schlichten lokalen Warenbörse hat sich die weltgrößte Verbraucherschau für Landwirtschaft, Ernährung und Gartenbau entwickelt. Die Idee der Grüne Woche stammt aus dem Jahr 1926 und zählte im Eröffnungsjahr schon mehr als 50.000 Besucher. Sie entwickelte sich in den folgenden Jahren rasant. Errungenschaften aus Wissenschaft und Technik feierten fortan auf der Grünen Woche ihre Premieren. Der Begriff Grüne Woche stammte wohl von Journalisten aus dem Eröffnungsjahr. 1938 fiel die Grüne Woche wegen der grasierenden Maul- und Klauenseuche erstmals aus. Ein Jahr später öffnete sie vorläufig letztmals ihre Tore. Es war Krieg. Nach Jahren des Krieges, des Hungers und der Zerstörung erweckte der Zentralverband der Kleingärtner und Siedler im Spätsommer 1948 die Grüne Woche mit nur 59 Ausstellern wieder zum Leben. 1950 fiel die Grüne Woche erneut, aber wegen größerer Bauarbeiten aus. Ausgerechnet ein Aussteller aus Holland präsentierte im Folgejahr 1951 dem staunenden Publikum appetitliche Gemüsepyramiden und erweckte so die Internationalität der Grünen Woche. Als Internationale Grüne Woche Berlin wurde sie in den folgenden Jahren fachlich immer bedeutender. Sie basierte zunehmend auf den drei Säulen Ernährungswirtschaft, Landwirtschaft und Gartenbau. Bereits 1953 wurde eine Biogasanlage der Fachwelt präsentiert. 1971 wurde das Konzept durch Lehr- und Sonderschauen erweitert. Stand in den zwei Jahrzehnten nach dem Weltkrieg die ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln noch im Vordergrund, so erfuhr die ästhetische Seite von Essen und Trinken mehr und mehr Beachtung. Aus der Heimat schmeckt's am besten, die deutsche Wein- und Sektstraße, Appetit Ahoi der Fischwirtschaft und immer mehr Blumen gab es zu sehen. Im Jahr 1990 begann für die Internationale Grüne Woche Berlin eine neue Blütezeit. Nun stand sie wieder allen Besuchern aus dem natürlichen Umland sowie aus den benachbarten Staaten Mittel- und Osteuropas offen. Großen Erfolg beim Publikum gab es seitdem für die Produktmärkte Bier, Milch, Fleisch, Wurst, Tee, Kräuter, Gewürze und Seafood. Den grünen Woche-Teilnehmern bot sich seither ein umfangreiches Rahmenprogramm mit inzwischen rund 300 Vorträgen, Seminaren und Symposien. Ab 1999 wurden Segmente wie Tierzucht, nachwachsende Rohstoffe und zukunftsorientierte Themen wie grünes Geld und erneuerbare Energien ergänzt. Der Erlebnisbauernhof startete seine Erfolgsgeschichte und zeigte seit dem Jahr 2000, wie moderne Landwirtschaft funktioniert. Im Jahr 2005 gab es erstmals ein offizielles Partnerland bei der grünen Woche. Sie entwickelte sich mit ihrer Genusstour zu einer Erlebnismesse. Mit der ersten Veranstaltung nach der EU-Osterweiterung zum größten Binnenmarkt der westlichen Welt wurde Berlin mehr denn je zum Treffpunkt auch für Politiker und Experten aus den Bereichen Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft. Durch die wachsende Nachfrage nach Nahrung, Rohstoffen und Energie stand bei der grünen Woche der Weg zum Weltagrargipfel auf der Agenda. Es ist eine überwältigende Geschichte von einer Warenbörse zur Weltleitmesse. Das ist eine überwältigende Geschichte von einer Warenbörse.